Endstufe Oh, die Fehlzündung Ich hoffe ihr fühlt euch nicht so gestalkt von mir, aber es ist so geil man Ja, wenn man platzen, mal in den Wheelie Das ist ja nicht so viel Platz, weißt du? Die sind ja mega geil Was? Was ist das denn? Ist der Gold? Krank, Digga Junge Never Der ist doch niemals erlaubt, so Gold, oder? Wie geil sieht der denn aus? Was denn? Ist das erlaubt? Dass der so leuchtet Also so Chromgold Mega Hübsches Auto Geil Danke dir Was ist das für ein geiler Audi Mega 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 krank Was? Also ohne Spaß Hübsches Auto, was ich je gesehen habe Sieht mega mega geil aus So nice So nice Auch mit dem Carbon hier Boah Richtig gut Wie heftig sieht der aus In Gold einfach Wie krank Ist das nice Hinten siehst du schön den Motor drin Und so Mega mega Wow Hä Ich komm gar nicht drauf klar Das ist doch niemals erlaubt Das soll legal sein Ist ja absolut wahnsinnig Wahnsinnig Never, Digga Wenn der runter schaltet der auspuppe Boah den fahr ich jetzt mal ein bisschen daher Ich hoffe ich gehe den nicht auf die Eier damit Boah Aber ich will unbedingt den noch ein bisschen betrachten Und mal hören Wie geil sieht hinten das Teil aus man Endstufe Richtig krass Boah ey Was? Stellt euch mal so ein Auto vor ey Das ist echt Endstufe Der wartet jetzt auf den Blitzer und gibt mir ordentlich Gas 100 Pro Machen wir ein Wheelie hinter Ah ne da sind die Bullen Dann nicht Dann nicht Boah der Audi A3 voll über die Buschspur Oh Oh Die Fehlzündung Fuck 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 man Ey ohne Spaß Die Leute wie jeder glotzt Fahr nach links Fahr nach links Auf die linke Spur Boah der sieht so krass aus Wow So mega heftig und dieser Sound Wow Einfach wow Endstufe Jetzt hat der Dingens Fahrer da gestört man Oh mein Gott Digga Never Never Da kann jeder nur gucken Die fahren hier mit ihren AMGs Und 3er BMW Caprio Und so Nix da Nix da Die fallen noch ein Stück hinterher Das ist ja mega krass Also ohne Witz Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare Wie heftig ist das Auto Von 1 bis 10 Ist ne 10 oder? Also ohne Spaß Absolut geisteskrank Oh jetzt in der Sonne Mega geil Wie mega schön Ich würde Ich würde mein Motorrad Bevor ich Als ich wieder kommen wollte Als ich wieder kommen wollte Wollte ich mein Motorrad in der Farbe haben Meine Z750 wollte ich so Boah der Blinker Dieser Laufblinker Jetzt Sound Und Oh 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 Junge 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 Würdest du gerne neben ihm mal ein Wheelie machen Mega das krasse Auto Mega das krasse Auto Mega das krasse Auto Da ist auch ein Ford Focus RS Da ist auch ein Ford Focus RS Ich will den halt jetzt nicht so stalken Oder scheißegal Wir fahren hier auch nochmal rum Ich sag denen das jetzt mal Ich hoffe ihr fühlt euch nicht so gestalkt von mir Aber es ist so geil man Ja wenn man Platz ist Mal in den Wheelie Mal in den Wheelie Ist ja nicht so viel Platz Mir geht ja nicht Wir sind ja mega geil Läuft schon ne aber muss mehr Platz sein Sag mal ist das okay wenn ich das bei YouTube hoch stelle Logisch Mega geil So habt ihr irgendwas oder so Irgendeine Seite oder irgendwas oder seid ihr einfach nur habt ihr den weil das geil ist Ja dann kann ich das verlinken oder so Ist auf jeden Fall voll geil man Ohne Spaß Traum Das ist Traum Ist aber ein geiler Typ Ja danke dir Einmal noch über den Stein da Und dann war es das auch mit dem Video Ist auf jeden Fall Die sind so geil Der sieht auch von vorne so nice aus das Auto Es ist echt krass Und ich darf es auf YouTube stellen Da wollte nicht mal dass ich irgendwas verpixel oder so Das ist auf jeden Fall richtig mega korrekt Dann mache ich das auch Die Jungs sind ja auch voll korrekt Wir fahren ja auch alle die ganze Zeit regelkonform Aber Aber Musst du gucken bei YouTube Blackout Blackout Einfach Blackout Boah diese Fehlzündung Das ist doch nicht mehr normal ey Das ist doch nicht mehr normal Dieses Fahrzeug Krass man Ich bin eigentlich verabredet Ist mir scheißegal Komme ich jetzt auch gerne zu spät Ich würde so gerne mal neben dem Wheelie machen Ein bisschen mehr Platz wäre Einmal noch Das sieht bestimmt voll geil aus Als die rechte Spur frei wäre könnte ich es machen Ey Digge ich drehe wieder um ne Mega geil nach Hause Ich bin eigentlich verabredet Aber musste ich hinterher fahren Traumhaft Echt mega Echt mega St. Georg Also da wo wir eben rein gefahren sind Da dachte ich auch noch mal kurz Hier schnapp mit ihm Machs gut Digga Guck an bei Blackout Ne Blackout Das ist krass Fuck ey Fuck Nichtsdestotrotz bin ich mal das Video Das war ja wohl mega krass Ich wollte eigentlich kein Video aufnehmen Und deswegen Leute an Leute wie Harzi und so Filmt immer mit Kamera Immer anlassen Damit man solche Szenen drauf hat Das ist einfach mega Sonst Wer denkt sich auch Keine Sorge ich führe nur Selbstgespräche Und deswegen legt das auf jeden Fall auf Und von daher Was für ein Video man Leute Ich zeig dir wär dafür auf jeden Fall ein Träumchen Und sonst sehen wir uns morgen nächstes Video Machts gut Und haut rein Wir laden sagen Pa 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 pa